Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Oh, hier sind wir sehr sicher. Wollen wir nicht hier stehen bleiben und Pause machen? Nee? Gut, eben nicht. Soll ich jetzt zu ihm rüber? Habt's ja nicht mehr alle, oder? Wenn ich jetzt abgeknallt werde, ja? Ihr sollt nicht auf meine Beerdigung kommen. Ich schließe euch aus. Wow! Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Oh. Okay, Junge. Komm mit. Immer schön mitkommen. Keine Sorge, alles wird gut. Alles wird toll. Gar nicht darauf achten, die Welt geht nicht in unseren Reihen. Alles ist gut. Geh nicht da hin und ich mach das. Da gibt's noch Kekse. Hallo. Wow. Was für ein Hinterhalt. Sind das hier sichere Fässer? Ich werde es bald rausfinden, würde ich sagen, oder? Oh. Vorsicht. Welchen von den ganzen Scheißkerlen? Oh. Nicht auf die Online-Anmeldungen unten achten. Und dann wieder kommt was. Ich habe nur einen einzigen in der Freundesnisse drin. Aber... Dann ist der Taktik 0815. Höh? Wenn ihr das Video hier seht. Ja, ich meine dich. Achtung! Sie bewegen sich! Los, los! Hinter mir! Bist du okay? Gut. Okay. Alles cool. Panzer Faust auf 12 Uhr! Erster Stock! Bleib von dem verkackten Autos weg! Bleib von dem verkackten Autos weg! Ach, danke! Ich habe schon fast... Also, die Reaktionszeiten müsste ja einer übermenschlich sein. Ich meine, ich gehe... Okay. Ich stelle mich hinter ein Auto. Boom! Bleib von dem kacken... Öh! Erster Stock! Nee, nee, nee. Nicht nochmal. Ich musste mich ja genau hinter das Auto stellen. Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Fortrill, da ihr das scheiß Gebäude habt! Black! Zu mir! Ziele beim Gebäude! Andere ist Ende vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn, da vorn! Komm über die Mauer! Rechts! Kontakt! Links! Ja! Woa, Panzerfaust! Panzerfaust! Hi! Oh, 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 oh! Ah, hier ist ein Liefelwack! Ui, sch, ui, sch, ui, sch, ui, sch. So. Fragt sich, ob das hier irgendwann aufhört, oder ich einfach nur vorstimm's, oder? Ich stimme uns mal vor. Ah! Äh, kehre zurück ins Kampfgebiet! Ich komme! Nein! Äh, scheiße! Hm. So, und jetzt wissen wir wieder, Mawin. Inhaftiert wurde. Er ist einfach abgehauen. Ah, Story zu Ende. Oh, ne, nicht schon wieder Panzerfass. Bleib von den verkackten Autos weg! Boah! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Habt ihr schon mal von jemanden gehört, dass ich den Parkplatz verletzt hat? Das ist so eben passiert. Black! Hier! Ziele beim Gebäude! Anderes Ende vom Parkplatz! Sie kommen von der Strecke! Irgendjemand von den Leuten hier hat Black zu mir gesagt. Was ist gesagt? 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 Na, zeig dich. Bom! Hallo! Achso! Ist schon gut. Okay. Okay, ich soll erstmal... Einfach angreifen. Okay, dann geb ich einfach mal ein. Scheuerschutz. Scheuerschutzmittel auftragen. Pass mal auf. Auf, auf. Ja, ich muss einfach nur die Panzerfrau schützen, aber nein. So, das tut gleich. Haltet sie noch etwas auf! Der Sniper ist noch da! Feuer einstellen! Sniper? Ah, stimmt. Hier ist ein Sniper. Schnell da rein! Los, los! Okay. Leute, da darf nur autorisiertes Personen... Okay. Hm, wo geht's da lang? Das müssen wir rausfinden. Ja. Ja. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Ich mach's immer zu, wenn ich durch die Tür gehe. Keine Sorge. Oh, oh. Sniper, 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 Sniper. Ah! Oh, oh. B, einer von euch steht aufwändig hier. Boah, ich bin da schießt. Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holte Al-Baschir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier, Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Aber natürlich. Wir sind immer vorsichtig. Wah! Wunderspiel. Scheiße, Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Okay. Aua. Was ist das Hotel? Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los! Aber wir schmeißen den Keks hin. Kommt er bestimmt. Und los. Okay, unterwegs. Okay, unterwegs. Und los. Ignoriert mich nicht, ich hab die genialsten Einfälle hier. Bis jetzt. Gehabt. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden. Okay. An die Wand. Black. Warte, bis wir in Position sind. Keine Gruppchen bilden. Weiterhin. Nichts leichter als das. Was haben wir eigentlich alles? Hey, Hallöchen. Was bist du denn? Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Ah, cool. Karabiner-Sniper. Granaten. Black jetzt. Messer. Was willst du? Achso, ich soll einfach nur hinterherlaufen. Ich dachte, ich sei schon. Okay. Da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße. 50 Meter. Auf halber Höhe. Den hat sie verkrochen. Oha. Das ging kackfix. Fick. Hohoho. Haben wir kurz rausgeloogt. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Ich wollte nicht mal anfassen. Ich wollte nur schauen. Übel. Aber deswegen muss man echt aufpassen. Eine falsche Bewegung und... Pups. Gesichert. Binden alles frei. Scheiße. Kontakt. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben. Unten bleiben. Okay. Bäh. Los. Von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und los. Guck mal. Hello Kitty Aufschleber. Willst du welche haben? Muss damit irgendwas zu locken sein. Unterwegs. Und los. Autsch. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt. Pusten wir ihn weg. Verstanden? An die Wand. Black. Warte bis wir in Position sind. Natürlich. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Natürlich. Mach ich doch alles Chef. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Soll echt gemeint sein. Jetzt habt ihr kein Fernsehen mehr. Ha ha ha. Terrorkrieg. Boah. Sind die aus Titan? Black jetzt. Jetzt. Wirklich. Letztes Mal hat es mich umgepustet. Du hast gesagt, ich soll warten bis zum Positionszeit. Worum soll ich jetzt schon? Okay. Aua. Okay. Da ist der Schatzschütze. Aua. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gibt's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Ja, genau. Du kannst das so gut schmeißen. Ich bin stolz auf dich. Ist das dein Tennisarm? Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung. Während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. 1, 3, 2, 1, Feuer frei! Will sich niemand hinter mich stellen, wenn ich schieße. Ich hab's gehört, von hinten sieht es ganz schön aus. Ziel perfekt erwischt! Alles okay? Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Missfett 1-3, hier Medivac. Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medivac. Welche Richtung? Over. Nordseite! Alles klar. Was gibt's hier? Soll ich den Fernseher? Missfett, 1-3 in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Sind in Deckung. Schaltet sie aus, 1-3. Auf die Balkonen, linke Seite. Balkonen, linke Seite. Ziel auf dem Dach. Direkt geradeaus. Ah, okay. Gesehen. 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 Ich muss mich kurz gewöhnen noch, weil die Mausschirm ist hier sehr empfindlich angestellt, aber das ist nur eine Einspielungssache. So. Na, 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 na. Wer schießt denn hier? Okay, los geht's. Haben wir denn schon Silvester? Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Au, 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 au. Die Luft scheint rein zu sein, Misfit 1-3. Wir gehen los, over. Wir geben euch Deckung, ihr könnt los. Gut, wer geht vor? Leute, jetzt. Ach so, die gehen weiter. Die geben die Deckung. Okay. Sag's doch gleich. Okay. 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 Ach. Nein. Will noch jemand ein Eis haben? Heute im Sonderangebot. Die Kugel 30 Cent. Ach, die tragen ihn. Sie kommen jetzt immer näher. Ich glaub, sie sind im Gebäude. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Das? Na gut. Scheiß Pfadfinder. Macht mir weiter. Ihr macht das toll. Ähm. Puh. Ziemlich knapp. Wir messen. Kleinster Rüttler und das Ding verliegt. Los, los, los. Upsa. Hatschi. Hehe. Wie gemein. Ich bin so gemein. Ich bin so böse. Oh. Ja, mach du 30 Rollen. Ich spring ganz normal runter. Ich hab Hulkbeine. Oha. Was ihr nicht alles machen könnt. Und ich soll jetzt ganz normal drüber springen, oder? Schweine. Ich spring aufs Auto. Ha. Guck, was ich kann. Habt ihr das gesehen? Oho. Missfit 1-3. Ihr Führung Missfit. Ihr solltet schleunigst ab verschwinden. Vorübergehender Rückschlag. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Wir boxen uns durch. Ich hoffe, dass Sie okay sind. Durchboxen. Was passiert, wenn die PLA die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter. Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der Scheiß-Kartner ist? Das Unabhängigkeits-Krieg war. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Camper? Das frage ich mich auch oft genug. Hey, verdammt. Die haben ja echt gute Weisheiten drauf. Muss ich sagen. Ja. Ja. Ja.